Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so ein Stück weit hat diese Verletztenliste auch die Vorfreude ein klein wenig getrübt. Ist davon in Istrien überhaupt was angekommen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Aber so ganz falsch ist das wohl nicht, was da errechnet wurde. Und die Chance, dass es zu einer bestimmten Partie in der ersten Pokalrunde kommt, ist einmalig 1 zu 1024. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dreimal in Folge zu dieser Partie kommt, die liegt laut der Berechnung bei 1 zu einer Milliarde. Es ist echt wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als dass der VfB dreimal in Folge in Rostock antreten muss. Das wollte ich noch kurz einwerfen. Unnützes Wissen hatte ich noch. Ja, und die Verletztenliste hat mich auch in Istrien erreicht. Und das war schon, ja, ein Stück weit erschreckend. Ich hatte dennoch relativ große Vorfreude auf den Ernstfall dann gegen Hansa Rostock, weil ich auch der Meinung war, dass der VfB jetzt zum dritten Mal in Folge auch eigentlich genau wissen müsste, was ihn erwartet. Und ja, hab mich dann auch nach dem letzten Testspiel gegen Straßburg, wo sie ja in den ersten 15 Minuten wirklich übelst hergespielt wurden, dann gefragt, wie das denn in Rostock aussehen sollte. Und war dann relativ angetan. Ah, angetan schon. Du nimmst schon was vorweg. Ja, ich wollte noch kurz, ja, ja, nee, wir wollen den Verletzten bleiben. Gehen wir das einfach mal ganz kurz durch. Auf jeden Fall. Es wurde ja schon für, ja, mächtig, ich würde mal sagen, Headlines gesorgt von diversen lokalen Medien, aber dazu kommen wir später noch. Also Maxim Awuja, das ist mittlerweile klar, Achillessehenriss, der fällt bis mindestens Januar 2021 aus, eher länger. Also wir sollten einfach in der Saison nicht mit Maxim Awuja rechnen, vielleicht auch die U21 sollte nicht unbedingt mit ihm planen. Und ich denke mal, da hätte er wahrscheinlich eher ein Zuhause gefunden. Dann der große Schock, zumindest titelt die Bild-Zeitung so. Nicolas Gonzalez erleidet einen Muskelbündelriss in der Hüftmuskulatur, fällt mindestens, muss man sagen, bis zum 5.10. aus. Das Ganze kann sich vielleicht auch noch bis November hinziehen, das weiß man noch nicht so ganz genau. Da kommt es natürlich dann drauf an, ja, wie gut ist das Heilfleisch von Nico Gonzalez. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber das hat ja auch was Gutes, denn die Wechselwahrscheinlichkeit sollte ja eigentlich gesunken sein bei Nico Gonzalez, oder wie siehst du es? Ja, sehe ich so, dass die Wechselwahrscheinlichkeit für ihn gesunken ist. Andererseits ist natürlich dann die Frage aufgeworfen, ob du dann bis Anfang, Mitte, Ende Oktober ohne Gonzalez eigentlich auskommen kannst, oder ob du dann nochmal in der Offensive nachbessern musst. Aber ich denke schon, dass die Wechselwahrscheinlichkeit, die jetzt ja auch so gefühlt mit jedem Tag, auch vor der Verletzung schon so ein bisschen gesunken ist, jetzt in meiner Empfindung fast gegen Null geht. Also ich sehe ihn jetzt wirklich dann eher beim VfB in der kommenden Saison als irgendwo anders. Ich auch, aber lass uns nochmal ganz kurz bei dem Thema bleiben, Nachverpflichtungen. Würdest du jetzt sagen, man müsste da nochmal was tun, also aufgrund der Verletzung? Weil es ist ja davon auszugehen, dass er vielleicht drei, maximal fünf Spiele verpasst. Dann hast du vielleicht jetzt zusätzlich nochmal einen Spieler verpflichtet, der braucht ja auch eine gewisse Qualität, der möchte unter Umständen auch spielen, kostet Geld, das der VfB aktuell nicht hat. Also würdest du jetzt sagen, okay, das Risiko muss man eingehen und nachverpflichten? Ja, ist die Frage, was ist das größere Risiko? Nachverpflichten oder nicht nachverpflichten? Also wirklich schwierig, weil du brauchst ja, du bist ja in der Offensive eh jetzt nicht so tief besetzt im Kader, dass man sowieso vielleicht noch jemanden gebrauchen könnte. Aber klar, du musst wirklich jemanden finden, der sofort hilft, der muss also sofort verfügbar sein, der muss wechselwillig sein, der muss die Qualität mitbringen und der VfB muss auch das Geld noch haben, um ihn zu bezahlen. Ja, das scheint in der aktuellen Situation eher unwahrscheinlich. Insofern ist das dann vielleicht auch eher ein Wunschdenken, noch irgendwie einen Spieler zu finden, der für fünf bis sieben Spiele irgendwie aushelfen kann und sich dann wieder ohne zu murren auf die Bank setzt. Also insofern, und ich glaube, es hat ja auch angedeutet, dass der VfB eher nicht Richtung Nachverpflichtung eines Backups für González, also so ein Teilzeitstürmer, denkt. Wahrscheinlich wird da nichts passieren. Man hätte vielleicht auch Mario Gomez einfach fragen können, ob er die paar Wochen noch dranhängt und dann kann er vielleicht sogar noch Historisches für den VfB schaffen und mehrere Tore schießen und seinen Vorsprung, den er ja jetzt vor Kakao haben müsste, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, hat er den nicht überholt mit Toren für den VfB? Ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall noch gegen Darmstadt nochmal getroffen, also die komischen Statistiken da, verschiedenen Statistiken zum Trotz, also ich glaube, er hat ihn auf jeden Fall überholt in jeder Statistik. Auf jeden Fall hätte er noch was für sein Torekonto tun können. Also ich weiß nicht, ob das so einfach möglich gewesen wäre, aber warum nicht? Also ein Versuch wäre es definitiv wert gewesen, aber der wird sich wahrscheinlich auch denken, deckt mir Marsch. Ich habe mit dem Thema abgeschlossen. Gut, der Nächste, der ausfällt, ist Eric Tommy, das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, hat sich verletzt im Test gegen Liverpool, gebrochener Ellbogen, beziehungsweise es ist kein gebrochener Ellbogen, sondern eine Knochenabsplitterung. Auch er wird frühestens, ja, für den 5.10. zurückerwartet, es könnte auch noch bis Mitte Oktober dauern. Ich denke mal, da würdest du jetzt nicht unbedingt nachverpflichten. Also ich würde es nicht tun, weil das ist wirklich absehbar, dass Eric Tommy zurückkommt und ich glaube, er war jetzt auch nicht so der Anker im Kader von Sven Mistentat, sondern eher ein Spieler, der halt, ja gut ist, dass man den hat, sage ich jetzt mal, der auch Qualität mit reinbringt, aber das ist jetzt nicht so ein Schlüsselspieler wie Nico Gonzalez, oder sehe ich das falsch? Schlüsselspieler nicht unbedingt, aber für mich waren bei ihm die Zeichen schon deutlich Richtung Startelf. Also ich hatte das Gefühl, die linke Seite ist seine, also die hätte er besetzt und wenn man jetzt überlegt, dass sein Backup dann vermutlich Borna Sosa ist, da kommen wir dann gleich zu, der seinerseits auch verletzt ist, dann hast du natürlich auf der Seite insgesamt ein Problem, weil du da jetzt zwei Spieler hast, die verletzt sind. Und da muss man einfach nur hoffen, dass Eric Tommy dann schnellstmöglich dann wieder fit wird, aber man hat ja gegen Rostock jetzt auch gesehen, dass auch Silas links den Flügel dann bespielen kann, da fehlt hier halt rechts wieder jemand, aber ich glaube, das kann man dann wirklich die paar Wochen noch irgendwie überbrücken. Nehmen wir doch gleich Borna Sosa mit rein, denn der hat sich nach einem U21-Testspiel mit Schmerzen im Knie zurückgemeldet. Es wurde relativ schnell vom VfB vermeldet, dass es nichts Strukturelles ist. Ich habe dann trotzdem gleich direkt Angst bekommen, denn du erinnerst dich wahrscheinlich noch, Borna Sosa fehlte aufgrund eines Ödöms im Knie vier Monate, also das ging glaube ich los beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Wehen Wiesbaden kurz vor der Corona-Pause und zog sich dann wirklich vier Monate hin, bis er wieder fit war. Und dann kam er eben von diesem U21-Testspiel zurück und hatte wieder Schmerzen im Knie und natürlich hat man da einfach kein gutes Gefühl nach so einer schwerwiegenden, langen Verletzung, wenn er in das Spiel zurückkommt und wieder Probleme meldet. Aber die gute Nachricht ist, seit Dienstag ist Borna Sosa zurück im Mannschaftstraining. Am Montag trainierte er schon individuell und sollte für das Spiel am Samstag gegen Freiburg eine Option sein. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass der gesund bleibt, weil ich bleibe einfach bei der Einschätzung, dass Borna Sosa durchaus noch einen Schritt machen kann. Er deutet es immer wieder an, was er nach vorne hin für Offensivpotenzial einfach hat. Die Flanken sind stark, auch so die Dribblings finde ich nicht allzu schlecht. Und selbst in der Defensive, wo er ja dann oft auch Kritik erntet, bin ich der Meinung, gibt es deutlich schlechtere Linksverteidiger als Borna Sosa. Natürlich ist das immer leicht zu behaupten, aber ich bin schon der Meinung, dass Borna Sosa eine Verstärkung sein kann in der kommenden Saison. Wichtig ist, dass er einfach mal ein paar Spiele am Stück machen kann und dass er keine Einwürfe machen muss. Das wäre auch noch ganz gut, glaube ich. Aber der ist zurück. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er ja auch bei seinen Einsätzen in der U21 auch richtig gerockt, Tore vorbereitet, kein Zunschlossen, aber er war richtig stark einfach. Und da wünscht man sich ja fast, dass er diesen Schwung nochmal mitnimmt zum VfB. Aber andererseits, ich habe mal seine Statistiken angeguckt, in der vergangenen Saison kam er auf zwölf Einsätze und in der Bundesliga-Saison davor kam er auch auf zwölf Einsätze. Also es ist dann wirklich ein Spieler, von dem ich sage, du kannst nicht damit rechnen, dass der 30 Spiele macht oder so. Also ich vermute mal, dass das nicht der Fall sein wird und insofern wäre es toll, wenn er jetzt wieder im Mannschaftstraining ist und dann auch schnell wieder einsatzbereit ist. Ja, wir drücken ihm die Daumen. Lilian Egloff hat sich auch im Trainingslager verletzt, aber einen Tag nach dem Liverpool-Testspiel war es bei ihm dann soweit. Darüber habe ich im Transfer-Update ausführlich gesprochen. Da gab es ja diesen Zweikampf mit Dani Di Davi. Da hat der ein oder andere schon Absicht dem Herrn Di Davi unterstellen wollen, was natürlich Blödsinn ist. Inzwischen ist auch klar, Teiris der vorderen Sündes Mose und für Egloff sollte es Ende September dann wieder auf den Platz gehen. Also ob er dann direkt Anfang Oktober wieder eine Option für die Startelf oder beziehungsweise für den Kader ist, das sei mal dahingestellt. Aber er sollte Ende September dann wieder mit der Mannschaft trainieren können. Auch da ist also eine Rückkehr absehbar. Wir haben ja heute schon den 15., also zwei, drei Wochen, da müsste Egloff wieder auf dem Platz stehen. Also auch da würde ich sagen, klingt es zwar alles sehr dramatisch, also gerade wenn man die Menge an Verletzungen sieht, die der VfB-Kader aktuell zu beklagen hat. Aber die Jungs kommen dann jetzt auch zeitnah zurück. Philipp Förster, da weiß man es noch nicht so ganz genau, wie es für ihn weitergeht. Probleme am Wadenbein hört man da immer wieder. Am Montag hat er individuell trainiert. Ob das jetzt dann schon ein Zeichen ist, dass er zeitnah zurückkommt, kann ich schwer einschätzen. Aber Philipp Förster ist ein Kandidat, der mir im ersten Test sehr gut gefallen hat. Du erinnerst dich vielleicht noch, den habe ich da sogar als mögliche Überraschung der kommenden Saison betitelt. Das möchte ich jetzt nochmal revidieren, nachdem er gar keine Vorbereitung hatte. Aber dennoch wäre ich froh, wir hätten einen Philipp Förster im Kader. Das muss ich einfach mal so sagen, weil er wird auf jeden Fall gebraucht werden. Also davon gehe ich einfach fest aus. Also du kannst jetzt nicht nur mit Mangala, Endo und Castro, von mir ist da noch die Davi-Plan da im Zentrum des VfB Stuttgart. Da fehlt dann vielleicht schon nochmal jemand, der eine Gelbsperre kompensieren kann oder überhaupt ein bisschen Druck vielleicht auch auf die Spieler ausübt, die jetzt in der Startelf stehen. Also auch so eine gewisse Konkurrenzsituation ist ja ganz hilfreich, um die Qualität des Kaders zu steigern. Also von daher wäre ich ganz froh, wenn Philipp Förster zeitnah wieder mit der Mannschaft trainieren könnte und dann vielleicht auch einsatzbereit wäre. Dann kommen wir zu einem, das ist ganz übel, Clinton Mola. Das deutete sich am Anfang gar nicht so sehr an. Da hieß es erstmal nur Überlastungsreaktion in der Hüfte. Dann sprach der Herr Mislintat schon von einem Knochenödem. Dann wurde ich schon etwas nervöser und die Hände wurden etwas feuchter, weil das ist natürlich nie so besonders gut. Dann habe ich letzte Woche gelesen, dass er in zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining, beziehungsweise ins individuelle Training einsteigen soll. Und jetzt sagt es, wenn Mislintat, ich glaube gestern oder am Sonntag, tritt eine schnelle Verbesserung ein, ist Clinton in drei, vier Wochen vielleicht schon wieder dabei. Geht es langsam, fehlt er uns womöglich bis Januar. Für ihn selbst ist es undankbar, ohne klaren zeitlichen Anhaltspunkt individuell zu trainieren. Also das ist gar keine gute Nachricht. Im Endeffekt weiß man nicht, wann Clinton Mola zurückkehren wird. Das ist ähnlich wie bei Borna Sosa eben, wir haben ja darüber gesprochen, dass er monatelang mit diesem Bödem sich rumschlagen musste. Und Mola war glaube ich schon ein Kandidat, der durchaus sich Hoffnungen auf einen Startplatz in der ersten Elf machen durfte. Und ich sage mal, das ist wirklich ein herber Ausfall. Also aus meiner Sicht, wie siehst du es bei Clinton Mola? Ist das ein kompensierbarer Ausfall? Ja, die Auftritte, die er gehabt hat, die waren ja durchaus positiv und solide. Also gerade gegen, das Spiel war gegen Hamburg, hat er wirklich in der zweiten Liga dieses Spiel, da hat er wirklich richtig gut ausgesehen. Er war dann ja im Saisonfinale, saß er wieder auf der Bank. Aber ich finde, er hat sich jetzt wirklich wenig zu Schulden kommen lassen. Und auch wenn er jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt, ein Kandidat für die Startelf gewesen wäre, wenn man mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielt, ist es ja nicht schlecht, jemanden auf der Bank zu haben, der einen guten Linksverteidiger gibt und den man halt auch jederzeit, dass er seine Stammposition im defensiven Mittelfeld nochmal bringen kann. Und ich fand, bisher hat er bei seinen Auftreten im VfB-Trikot wirklich überzeugen können, wenn man das aus seinem Alter berücksichtigt. Und dass er jetzt dann wirklich so ewig ausfällt mit einer unklaren Diagnose. Also man weiß ja eigentlich dann nicht nur, wie lange er ausfällt, sondern man weiß vermutlich auch nicht, wie man seine Verletzung dann therapieren soll. Das ist schon bitter. Ich hoffe, man hat da irgendwelche Anhaltspunkte. Ich habe gelesen, er trainiert irgendwie nach so einem besonderen Plan, der mit den Stuttgarter Medizinern erstellt wurde. Also irgendwas wird man, denke ich mal, schon versuchen. Aber klar, wenn man wirklich nicht sagen kann, ob er in vier Wochen zurückkommt oder eben erst in drei Monaten, dann ja, das ist schon sehr undankbar. Ich denke mal, wenn die offizielle Kommunikation lautet, entweder eine Reaktion oder ein Problem, bedeutet das für mich immer, sie haben eigentlich keine Ahnung, was es ist. Das ist kein Vorwurf an der medizinischen Abteilung. Aber manche Leute haben, weiß ich nicht, Probleme im Sprunggelenk und die liegen dann, sind begründet an einem eitrigen Weisheitszahn oder so. Es gibt ja nun mal Sachen, die kann man nicht einfach so schnell wegtherapieren und man weiß genau, was es ist. Es gibt halt immer noch Dinge, die kann man auch im Jahr 2020 dann nicht genau definieren, wo das Problem liegt. Und so ein Problem scheint bei Clinton Mohler aktuell vorzuliegen. Und er ist ja auch noch relativ jung, dass er nicht sagen kann, ja, das hatte ich in meiner Karriere schon dreimal, das ist dies und das. Sondern das scheint einfach ein bisschen defizitler zu sein. Und man kann halt nur hoffen, dass es dann eher diese vier Wochen sind, vielleicht auch acht Wochen und nicht der Januar, der es im Worst Case laut Misslingt hat, ist. Die und die Verletzung hatte ich schon ein paar Mal in meiner Karriere. Das ist eine gute Überleitung zu Konstantinus Mafropanus. Der hat nämlich wieder Probleme mit der Leiste, beziehungsweise wir können jetzt glaube ich sagen, hatte Probleme mit der Leiste. Muskuläre Probleme, da hieß es relativ schnell auch von Sven Missentat, keine Sorge, das ist nicht das Gleiche, was er in London schon hatte. Bei Arsenal, da haben ja eben diese Leistenprobleme zu einer wirklich sehr, sehr langen Ausfallzeit geführt. Ich glaube, über ein Jahr konnte er da nicht spielen. Das sei jetzt wohl nicht wie der Fall, sondern es sind in Anführungsstrichen nur muskuläre Probleme. Und ja, er meldet sich jetzt auch zurück, ist ebenfalls seit Dienstag im Mannschaftstraining, trainiert er am Montag noch individuell und ja, ist jetzt wieder offensichtlich belastbar. Wir hoffen einfach, dass alles hält und dass er zeitnah dann vielleicht auch eine Option für die Startelf sein kann. Denn Mafropanus hat aus meiner Sicht schon einen guten Eindruck bei Nürnberg hinterlassen, hat dann auch keine schlechte Partie gegen Sandhausen gezeigt, auch wenn es ein bisschen schwer einzuschätzen ist. Man hat halt gesehen, wie enorm schnell er ist. Also das, was Missentat ja auch mehrfach betont hat, das konnte man da schon sehen. Und auch hier würde ich mich einfach freuen, wenn es noch eine Option gibt, eben so eine wie Mafropanus. Weil er bringt auch so eine Geiligkeit mit rein in die Abwehr, die so ein Stück weit fehlt. Ich erinnere mich da gerne zurück an, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, er ist zu Schalke gegangen. Kabak. Kabak, natürlich. Ich erinnere mich dann gerne wieder an Ozan Kabak, der ja auch irgendwie so eine Geiligkeit mit reingebracht hat und so eine Entschlossenheit, die uns manchmal gefehlt hat oder oft gefehlt hat, vor allem in der Abstiegssaison. Und ja, ich wäre froh, wenn Mafropanus wieder eine Option wird. Und selbst wenn es dann eben nur ein Jahr hier in Stuttgart ist, ich glaube, da könnte ich beide Seiten von profitieren. Voraussetzung ist natürlich, dass er gesund bleibt. Matteo Klimowitz hat sich auch mit muskulären Problemen abgemeldet. Auch er ist seit heute, seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining. Aber ich muss kurz das Thema muskuläre Probleme ansprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB früher nie muskuläre Probleme zu beklagen hätte. Aber ich möchte kurz daran erinnern, dass sehr viele Muskelverletzungen im Dezember 2016 zur Entlassung von Oliver Bartlett in Leverkusen führten. Und auch in Dortmund oder zu seiner Dortmunder Zeit gab es oft Probleme mit Muskelverletzungen. Und auch da hörte man dann immer mal wieder, ja, ob der Bartlett da so richtig, sag mal, den Mix findet zwischen Überbelastung und richtiger Belastung. Ich will jetzt hier nicht direkt dazu aufrufen, dass wir uns Sorgen machen müssen. Aber ich glaube, wir müssen die Sache echt mal so ein bisschen beobachten. Weil zu viele muskuläre Probleme können natürlich dann bei so einem Kader, wie wir den jetzt haben, dann zu extremen Problemen führen. Sprich, wir könnten dann unter Umständen das Ganze nicht mehr kompensieren können mit den Kräften, die wir so haben. Weil wir haben halt viele junge Spieler. Wir müssen bei fast jedem Spieler darauf hoffen, dass er den nächsten Schritt geht. Und wenn dann noch viele Verletzungen dazukommen, gerade muskuläre Verletzungen, die sich dann auch mal zwei, drei Wochen, manchmal vier Wochen hinziehen können und manchmal noch länger, siehe Mafropanus, ja, das könnte uns das Genick brechen im Abstiegskampf. Also deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das das übliche Problem ist, was man eigentlich bei jeder Vorbereitung zu beklagen hat und nicht das andeutet, was in Leverkusen offensichtlich war, als Bartlett da als Athletiktrainer aktiv war. Das wollte ich noch hinzufügen hier an dieser Stelle.